Es gibt einen Editor, der gehört zu Linux und Unix wie kein zweiter. Die Rede ist von VI oder Vim. In diesem zweiten Video unserer Reihe Editoren unter Linux betrachten wir diesen kleinen, manchmal etwas zickigen Editor und du lernst die grundlegenden Modi und Kommandos von VI kennen. Auf dieses Video folgt noch ein weiteres mit vertiefenden Informationen zu VI, das du dir ebenfalls nicht entgehen lassen solltest. Aber zunächst die Grundlagen. Der Editor VI ist einer der ältesten, heute noch verwendeten Texteditoren für Linux und Unix. Er wurde 1976, lass dir das auf der Zunge zergehen, das war in der Computersteinzeit, von Bill Joy entwickelt und von einem Editor namens X abgeleitet. X hatte einen Befehl Visual, daher stammt der Name. Wir kommen darauf zurück. Bill Joy war auch in viele andere Projekte involviert und darüber hinaus einer der Gründer von Sun Microsystems, das mittlerweile von Oracle übernommen wurde. Soviel zur Historie. Der originale VI ist übrigens keineswegs Open Source, sodass es auf dessen Basis diverse Klone und Weiterentwicklungen gibt. Die unter Linux am häufigsten eingesetzte Variante ist der 1991 entwickelte Vim. Das steht für VI Improved. Im Gegensatz zu VI ist Vim Open Source und bietet zahlreiche Zusatzfunktionen bis hin zu grafischen Versionen und einer eigenen Skriptsprache. Wenn ich jetzt also von VI spreche, dann meine ich in der Regel Vim. Tatsächlich wird beim Aufruf von VI meistens auch Vim heutzutage gestartet. Dies gilt ebenso für Ubuntu als auch für CentOS. Von Vim gibt es diverse Varianten, wie eine Paketsuche nach Vim zeigt. Auf CentOS mit yum search Vim. Ist die Liste noch recht übersichtlich? Hier sind hauptsächlich die Varianten Vim Enhanced mit neueren Zusatzfunktionen sowie Vim Minimal mit weniger als einem Megabyte Größe relevant. Ja, du hast richtig gehört. Weniger als ein MB. Ich beweise es dir. Mit rpm-qa-grab-vim sehen wir, dass Vim Minimal auf unserem System installiert ist. Er wird als VI aufgerufen. WhichVI zeigt uns, dass das Programm unter slash userbin installiert ist. ls-l userbinvi zeigt die Größe des Programms an. Das sind ungefähr 910 Kilobyte. Also noch nicht einmal ein Megabyte. Da VI bzw. Vim trotz seiner geringen Größe so leistungsfähig ist, hat er sich bis heute in fast allen Linux-Distributionen gehalten und stellt in Bezug auf die Editoren so etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner dar. Wenn auch sonst nichts vorhanden ist auf einem Unix-artigen Minimalsystem, VI findet sich fast immer. Von daher solltest du über ein solides Grundlagenwissen über VI verfügen, um dich auch auf anderen Systemen als deinem eigenen zurechtzufinden, wo du vermutlich auch andere Editoren installieren kannst. Auf Ubuntu wird per Default vim-tiny installiert, wie wir mit dpkg-l grabvim herausfinden können. Hier sehen wir vim-tiny. Das ist so ähnlich wie vim-minimal und letztlich nur ein Paketname, der hier bei Ubuntu bzw. Debian anders gewählt wurde. Die Paketrepositories geben jedoch viel mehr zum Thema vim her, wie sudo apt-search-vim zeigt. Hier gibt es nicht nur etliche Varianten und Klone, sondern auch diverse Zusatzmodule mit erweiterten Features. Dies macht deutlich, dass wir in diesem Kurs nicht alle Aspekte von VI bzw. Vim beleuchten können, klar. Stattdessen beschränken wir uns auf eine solide Einführung. Vielleicht fragst du dich auch, warum VI nicht der einzige Editor auf einem Linux-System geblieben ist, wenn er denn doch so leistungsfähig und toll ist. Naja, die Antwort liegt in seiner nicht immer optimalen Benutzerfreundlichkeit. Ich würde ihn als bisweilen etwas sperrig bezeichnen. Er ist von Anfang an auf Effizienz programmiert worden und richtet sich eher an Profis als an Einsteiger und normale Benutzer. Schauen wir uns also ein paar Grundlagen an, damit du ein Gefühl für VI bekommst. Wir unterscheiden grundsätzlich drei Modi. VI startet im Befehlsmodus, in einigen Quellen auch als Normalmodus bezeichnet. Hier kannst du im Text navigieren und zum Beispiel Zeilen löschen und gegebenenfalls Vorgänge rückgängig machen. Und während Vim hier auch mit den Cursor-Tasten gesteuert werden kann, gibt es einige Hardcore-VI-Varianten, bei denen du die hier genannten Tasten, also H, J, L und K für die Cursor-Bewegungen nutzen musst. Das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, solltest du aber im Hinterkopf behalten, falls mal nichts anderes geht. Über Tasten wie I für Insert, A für Append oder O für Otherline gelangst du in den Einfügemodus. Hier kannst du den Text editieren, wie du es von anderen Editoren auch kennst. Mittels Escape-Taste gelangst du aus diesem Modus wieder heraus und zurück in den Befehlsmodus. Von hier kannst du durch Eingabe eines Doppelpunktes in den Kommandozeilen-Modus wechseln, über den du insbesondere die Datei speichern kannst oder speichern und den Editor schließen oder eben nur schließen, wobei Doppelpunkt X selbe wie WQ bedeutet, also speichern und schließen. Drückst du Enter, nachdem du den Befehl abgesetzt hast, gelangst du gegebenenfalls wieder zurück zum Befehlsmodus. Außer du hast einen der erweiterten Modi aufgerufen oder den Editor beendet. Schauen wir uns das in einem kleinen Beispiel in der Praxis an. Unter Ubuntu haben wir ja bereits mit Nano eine Datei text.txt erstellt. Ebenso wie mit Nano können wir VI entweder direkt oder eben unter Angabe einer Datei starten, wie zum Beispiel jetzt hier text.txt. Existiert diese Datei, wird sie entsprechend geöffnet und ist sie noch nicht vorhanden, wird sie in dem Zusammenhang erstellt. Ich gehe jetzt hier mit Doppelpunkt Q wieder raus und wir betrachten den nächsten Fall, nämlich wenn wir VI ohne Dateinamen starten. In diesem Fall startet der VI mit einigen einleitenden Informationen, auf die ich teilweise gleich noch zurückkomme. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie das mit dem Speichern ist. Zunächst einmal drücke ich I. Vielleicht fällt dir auf, dass du unten in der Statusleiste oder Zeile keine Informationen über den Modus siehst. Warum das so ist, werde ich auch gleich erläutern. Jetzt aber erstmal eine Eingabe, zum Beispiel Gulu, Gulu. Escape, um hier wieder rauszukommen und dann Doppelpunkt W für Write. Enter. VI bzw. Wim schimpft mit mir, dass er keinen Dateinamen erhalten hat. Das korrigieren wir, indem wir erneut Doppelpunkt eingeben und W und jetzt einen Dateinamen ergänzen. Voila. Hier noch einmal der Hinweis. Unter Linux spielen die Dateiendungen maximal für die farbliche Darstellung eine Rolle und in der GUI. Ansonsten ist die Endung .txt für eine Textdatei nur Konvention, aber keine Pflicht. Die Datei wurde in jedem Fall geschrieben. So, jetzt ändern wir noch etwas in der Datei. Ich drücke wieder I und gebe hier einfach mal Änderung ein, drücke Escape, Doppelpunkt Q und versuche damit, die Datei ohne Speichern der Änderung, also der ersten Zeile de facto hier an dieser Stelle, zu beenden. Das Ergebnis ist eine Fehlermeldung. VI ist nicht bereit, diese Datei zu schließen, ohne dass der Benutzer die ungespeicherten Änderungen explizit verwirft. Das können wir tun, indem wir hinter dem Q ein Ausrufezeichen setzen. Voila. Die Datei wird geschlossen. Die Änderungen sind weg, wie das erneute Öffnen von gulu-gulu.txt zeigt. Nun ein wichtiger Hinweis. Bei Ubuntu wird Vim im sogenannten Compatible Mode gestartet. Damit ist er zum alten VI-kompatibel und verhält sich nochmals deutlich eigensinniger. Vielleicht hast du es gerade gesehen. Da war dann plötzlich ein großes B zu sehen, obwohl ich eigentlich mit der Cursor-Taste nach unten eine neue Zeile beschreiben wollte. Das ist allerdings jetzt an der Stelle nicht das Thema. Nur als Hinweis, das ist ein Relikt aus der Kompatibilitätswelt von VI und Vim. Durch Eingabe von Doppelpunkt SetNoCP kannst du den Compatible Mode deaktivieren und können damit auch auf die erweiterten Funktionen und Bedienungserleichterungen von Vim zugreifen. Dieser Befehl wird dir beim Start von Vim in der Übersicht angezeigt. Du musst nur wissen, dass du ihn an dieser Stelle auch setzen solltest, damit du hier vernünftig mit Vim arbeiten kannst. Und jetzt wird zum Beispiel auch beim Wechseln in den Insert Mode durch Drücken von I unten in der Statusleiste oder Zeile der Modus wieder angezeigt. Und dann können wir auch entsprechende weitere Zeilen hinzufügen. Escape. Voilà. Kommen wir nun zu den wichtigsten Einfüge-Modi. Mit I gelangen wir in den Insert Modus. Das ist dir ja bereits bekannt. Dort, wo der Cursor gerade ist, können wir dann losschreiben. Escape. Mit klein a gelangen wir zum Einfügen an die nächste Stelle hinter dem Cursor, egal wo. Das ist nicht unbedingt so interessant, da wir da auch fast immer mit klein i hinein gelangen. Escape. Wichtiger ist da Groß A, also Shift A. Damit gelangen wir hinter das Letzte Zeichen einer Zeile und können dort weiterschreiben. Wieder Escape. Mit klein o fügen wir eine Zeile unter dem Cursor ein und können dort entsprechend hineinschreiben. Escape. Mit großem o erstellen wir über dem Cursor eine neue Zeile. Möchtest du eine Zeile löschen, bewegst du den Cursor auf die entsprechende Zeile und drückst im Befehlsmodus DD. Das kannst du auch sehr elegant für mehrere Zeilen tun, indem du zuvor die Anzahl der zu löschenden Zeilen als Ziffer eingibst und anschließend DD drückst. Ich lösche hier die letzten drei Zeilen indem ich 3DD eingebe. Unten zeigt der Status auch an, dass ich drei Zeilen gelöscht habe. Apropos Zeilen. Mit Doppelpunkt Set Number kannst du die Zeilennummern anzeigen lassen, was in vielen Fällen nützlich sein kann, zum Beispiel zu Dokumentations- beziehungsweise Referenzzwecken. Auch wenn Fehler angezeigt werden, sind diese ja häufig einer Zeilennummer zugeordnet. Mit Doppelpunkt Set No Number entfernen wir die Zeilennummerierung wieder. Eine weitere Basisfunktion ist das Rückgängig machen einer Änderung mittels U. Ich schreibe mal zwei Zeilen. Einmal drücke ich die O-Taste, um in die nächste Zeile zu gelangen. Diese Zeile ist korrekt und diese Zeile ist Quatsch. Escape. Wir sind wieder im Befehlsmodus. Wir wollen nun die Quatsch-Zeile löschen und drücken aber versehentlich an der falschen Stelle DD. Jetzt haben wir die korrekte Zeile gelöscht. Nun kannst du mit U die Zeilenlöschung rückgängig machen. U kannst du übrigens auch mehrfach drücken, um die letzten X-Änderungen rückgängig zu machen. Eine sehr praktische Funktion im täglichen Betrieb. Last but not least kannst du auch im VI im sogenannten Visual Mode Zeichen bzw. Zeilen kopieren oder verschieben. Das geht folgendermaßen. Zunächst schreibe ich drei Zeilen. Fertig. Jetzt bewegen wir den Cursor an die Stelle, ab der wir den Text markieren wollen und wechseln mit V in den Visual Mode, der uns dann auch unten angezeigt wird. Durch Bewegen des Cursors kann ich nun den gewünschten Bereich markieren. Das kann sich durchaus auch auf mehrere Zeilen erstrecken. So, soll der Text jetzt hier verschoben werden, drücken wir D für Delete. Soll er kopiert werden, drücken wir Y für Yank, was mit einem Ruckziehen heißt. Du kannst selbst entscheiden, ob diese Eselsbrücke für dich funktioniert. Das ist mir zunächst das Verschieben, also D. Jetzt gehe ich mit dem Cursor an die Stelle, wohin der Text verschoben werden soll und drücke nun entweder klein P, um den Text hinter dem Cursor einzufügen, oder groß P zum Einfügen vor dem Cursor. Achtung, wir sind auf dem D. Wenn ich jetzt P drücke, dann wird hinter dem D sozusagen angefangen einzufügen. Das wäre nicht so schön. Also drücke ich mal groß P und du siehst, die beiden Zeilen wurden an der richtigen Stelle eingefügt und sind damit verschoben. So, wir gehen auf die Zeile zum Kopieren, drücken V in den Visual Mode, markieren diese Zeile und drücken jetzt Y zum Kopieren. Dann gehe ich hier oben hin und möchte das gerne vor die zweite Zeile einfügen, drücke großes P und damit habe ich das hier entsprechend eingefügt. Drücke jetzt hier noch I und dann Enter und habe dann jetzt hier die Zeile komplett eingefügt und damit haben wir auch eine Zeile kopiert. Voila, Escape, Doppelpunkt W zum Speichern und unsere Änderungen sind gesichert. So, nun hast du das nötige Rüstzeug, um mit VI bzw. WIM im Alltag gut zurecht zu kommen. Im nächsten Video stelle ich dir noch ein paar zusätzliche und erweiterte Funktionen von WIM vor, die dir das Leben erleichtern können und dich zu einem WIM-Profi machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.